Jo, da sind wir wieder bei Elements Destiny Ancient Powers und nun geht es. Jo, dann wollen wir mal auf die raue See. Lalea und die anderen machten sich mit dem Boot auf nach Libor. Doch dafür müssten sie das Meer des Nebels durchqueren. Noch ahnten sie nicht, dass der Weg schwieriger sein würde als gedacht. Das muss wohl dieses besagte Meer des Nebels sein. Wir sollten Ceresat befolgen und gut Acht geben. Gut, ja, man sieht, Lalea ist ein Boot. Ich möchte kurz was gucken. Na gut, so, jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Es gibt irgendwie einen bestimmten Weg, den ich leider nicht mehr weiß. So, ich guck mal. Ich glaube, man konnte hier irgendwo zwischen den Steinen durch oder so. Ich glaube, an den mit Blumen, oder? War das, was man an den mit Blumen vorbei muss? Okay, das war schon falsch am Anfang. Ich muss, glaube ich, von Anfang an den richtigen Weg nehmen. So, ich gucke mich jetzt mal hier ein bisschen um. So, ich glaube, wenn man zu weit hoch oder runter geht, dann wird man direkt wieder zum Anfang teleportiert. Was man eben gesehen hat. So. Hier haben wir eine Insel. Das wird zum Beispiel zu weit nach unten. Na gut. So, ich hoffe, man kann auch da was sehen, weil es... Selbst bei mir ist es recht dunkel. So, gehen wir mal hier weiter runter. Also, ich sehe hier nur die eine Insel hier vor mir. Hm, ja. Irgendwie... Hä? Gehen wir mal zurück oder so? Müssen wir mal sehen, wo komme ich denn raus, wenn ich hier weiter zurückgehe? Da geht es wahrscheinlich aus dem Meer des Nebels raus, ne? Zillen Docks. Nee. Okay, das wollte ich nochmal gucken. Sonst muss ich mal gucken, wie ich hier durchkomme. Irgendwelche Anhaltspunkte, da wird es doch hier sicher irgendwo gegeben. Hm. Musik ist schön. Spannend. Das Meeresrauschen. Dann wie hier, wenn ich immer wieder verlaufe, verfahre, verschwimme. Keine Ahnung. So, hier geht es irgendwie nicht weiter. Also, ich muss offensichtlich nach unten. Muss halt nur den richtigen Weg nach unten finden. Ah, speichern kann man hier auch, sehe ich gerade. Status kann man hier gar nicht. So, ich muss mal gucken. Wollen wir mal sagen, try and error. Ich speichere auf den zweiten. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit. Okay, bis zu dem Stein kann ich. Moment. Dann neu laden. So. Bis hierhin etwa kann ich. Jetzt muss ich mal schauen, war das hier an den... Okay, hier wird es auch nicht schwarz. Wir können hier nochmal speichern. So. Nee, hier an den Blumen nicht. Hm. Hier? Auch nicht. Irgendwo hier, glaube ich, gibt es einen Punkt, wo man nach unten kann. Aber war das hier? Hm. Nee, anscheinend nicht. So, ich gucke mal eben nochmal. Wobei, die Stelle, wo ich denn jetzt gerade rausgeflogen bin. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach links. Da sehe ich, glaube ich, zum Beispiel einen Durchgang gerade. Ich probiere mal, ob man da durch kann. Hm, nein. Gut, noch ein bisschen weiter links vielleicht. Nee, da ist schon der Ausgang. Gut, ich probiere es nochmal da hinten bei den Blumen. Weil, wenn hier schon irgendwo Blumen rumliegen, da wird es ja wohl auch irgendeine Bedeutung haben. Gehe ich mal von aus. Hm. Jetzt muss ich noch mal wiederfinden. Die Stelle. Da. So, speichern wir nochmal. Und gucken mal, wenn ich hier so runter... Nee, das bringt nichts. Nicht links. Hm. Noch sieht es gut aus. Ach, das war einen Schritt zu viel. Ach, Mann. So, jetzt hier durch. Das war, glaube ich, auch wieder einen Schritt zu viel. Ah, Moment. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. So, hier hin. Dreckt ihr den Blumen nach unten. Hm, fast. Moment, gehen wir erstmal... ...wieder einen Schritt zu viel. So, bis hier hin. Ist schon mal sicher. Okay, nicht nach rechts. Jetzt nach unten. Nach unten. Nicht nach rechts. Nach unten, nach unten, nach unten. Jetzt nach rechts. Jo. Das war wieder einen Schritt zu viel. So, drei nach unten. Eins nach rechts. Eins nach unten? Nein. Eins, zwei, drei nach rechts. Zwei nach rechts. Noch einen. Hm. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da unten sind die nächsten Blumen. Okay. Ich kann zwei Schritte nach unten. Von dem Stein aus. Bis hier hin. Hier kann ich hin. Hier kann ich hin. Hier. Okay. Ah, das war wieder einer Schritt zu viel. Ah, was mache ich da? Hier direkt nach rechts. Und auch nicht zu weit. Ja, wenn ihr euch fragt, wie mache ich es direkt hier ins... Nö. Also direkt wieder ins Startmenü zu gehen. Das ist einfach nur F12. So. Hier. Das war auch wieder falsch, wollte ich gerade sagen. Okay, ich darf nur einen Schritt nach unten. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, eins. Safe. Eins. Eins. Mhm. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht scheiße aus. Ah. Okay, also ich kann einen Schritt nach unten. Eins nach rechts. Eins nach unten. Eins nach... Nicht rechts. Okay. Eins nach unten. Eins nach rechts. Eins nach unten. Safe. Noch einer. Ah, da unten sind wieder Blumen. Okay. Nein, das war falsch. Nach rechts. Nach unten. Nach unten. Nach rechts. Falsch. Nach... Hm. Nach rechts. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach rechts. Nach rechts. Speichern. Nach unten. Okay, ich kann nicht nach unten. Aber hier vor dann vorbei. Und hier nach unten. Also doch, so langsam arbeite ich mich hier mit Safe Load gut voran. Muss ich sagen. Das war wieder eine... Moment, hier vielleicht schon noch? Hä? Moment. Eins, zwei, drei. Hier nach unten. Und jetzt noch rechts. Ja. Okay. Ich muss den nächsten Stein mit Blumen finden. Aber ich sehe keinen. Weißt du, ich bin da? Ah, da ist einer. Ach, da ist eine Höhle, sehe ich gerade. Nein! Ich habe es fast geschafft. Kurz vor dem Ziel in der Falle. Du bist echt gemein, Christian. Hier? Hier? Nein. Okay, bis zu dem Stein geht es. Bis hierhin geht es auch noch. Hier geht es auch noch. Das war falsch. Eins, zwei, drei hoch. Und rein da. Ha! Jawohl! Ich bin drin. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier ein paar Kraken besiegen. Weil wir brauchen ihre Beine, die sie droppen. Wofür seht ihr noch? So, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Warum habe ich dieses Team? Das ist nicht das Team, was ich haben wollte. Na ja, egal. So, gucken wir mal aus. Feuer! Geht. Finsternis. Geht, also normal. Wind, okay. Erde, okay. Ach nein. So, okay.